HOFFNUNGSLOOOOOOOS Wir müssen für alle Zeiten verflucht sein! Ein Chaos nach den anderen! Und wer ab die Gottesmappe so was von der Zirn hat? Es muss daran liegen, dass ihr euch gegenseitig mit Essen schikaniert habt! Kein Wunder, dass wir verflucht sind! Leo, bitte beruhige dich erst mal! Die Wiener von der Fment! Fuuuude! Punishment! Punishment!